So, herzlich willkommen hier zurück. Schatten hier. Viele sehen mich. Achso. Lebendig und tot zugleich. Sehr seltsam. Oh oh. Äh, wie bitte? Lebendig und tot zur selben Zeit. Wow. Das sind viele. Das sind viele gewesen. So, oh nein, er ist weg. Oh nein, 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 nein. Hey, 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 hey. Hier, wird mir beim Atmen helfen. What, what, wo, wo, wo? Ich bin nicht weit weg. Wo denn, wo, wo bist du denn? Nimm mich doch an die Hand. Nimm mich doch an die Hand. Oh mein, wo, 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 wo? Bitte nicht. Ja, ich muss nicht in dieses Haus gehen. Oh, ich werde es bereuen. Oh, ich werde es bereuen. Oh, ich werde es bereuen. Mich wird Eis bereuen. Eis bereuen. Ha. Ha, 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 ha. Ah. 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 Oh mein Gott. Nicht witzig. Ach, komm. Jungs. Das ist jetzt nicht wieder so eine Geisteraktion, oder? Das ist jetzt bitte nicht so eine scheiß Geisteraktion. Wow, das ist abgefahren. Mitten einfach mal in so einem absolut abgekrankten Kack-Ruine. Einfach. Eintrag 1. Die tote Stadt. Ah, das hört sich so super. Und weder gehen wir über die Oberfläche. Hallo Moskau. Eine Stadt der Gräber. Eine Stadt der gefallenen Helden. Eine Stadt, die ihre Seele beraubt wurde. Sie ist nicht mehr meine Heimatstadt. Meine Heimatstadt gehört der Vergangenheit an. Aber es ist die Heimatstadt des kleinen Schwarzen. Wie seltsam. Jo, das ist cool. Ah, das ist sehr cool. Ah, das ist ziemlich cool. Ah, das ist... Ah, wow. Die Uhr ist stehen geblieben. Zufall. Glaub ich kaum. Krass. Ja. Ja. Eine Frau? Ja, eine Frau. Mutter. Danke. Oh, Kinder. Kinder, Kinder, Kinder. Und er ist weg. Wo muss ich hin? No, ich muss da nicht runter, oder? Was? Oh, Gott. Ich hasse sowas. Ah, ich kann wieder hochgehen. Wow. Wow. Was war das für eine Falle gewesen? Ein ziemlich grauenvoller und brutaler wahrscheinlich. Oh, sehr... Oh, Ranger-Logo. Ich hab zu viel Munition. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Heilige Scheiße. Ich hasse es, Mann. Genau sowas hasse ich. Und ich mag mich auch gar nicht mit Kindern anlegen. So weit kommt's noch. Da ich gegen Kinder mein Gewehr erhebe. So weit kommt's noch. Ja, genau. Wow. Der ist saugut. Der ist saugut. Ich mein, ich sehe, was da ist. Da sind Pfeile. Oder was ist das? Ah, ja. Das ist... Ein Gewehr, was ich nicht brauche. Aber eigentlich kann... Wahnsinn. Wahnsinn, oder? Ey, ist so krass. Dann dieser Schatten. Das ist so krass. Das ist echt heftig. Also... Mein vollsten Respekt. Mein aller vollsten Respekt. Also da haben sie echt was... auf die Beine gebracht. Ernsthaft was. Da ist man richtig... Also ich bin da voll drin. Voll drin. Ich kaufe... Diese ganze Kacke kaufe ich denen. Natürlich nicht im Sinn, ob da ich das glaube, sondern... Oh nein. Ja, bitte, zeig mir nochmal hier ein Off-Wall. Hey, komm. Nicht? Keine Lust? Na gut. Dann halt nicht. Wow. Krass. Ich hab jetzt nicht ernsthaft dafür... Doch, hab ich. Hey, nehmt's mir nicht übel. Was los? Wie ist der voraus? Wie ist der nichts von uns? Hungrig? Hungrig. Sehr schön. Wie ist der voraus? Yay. Oh, sehr cool. Ja, kommt doch her. Ich mein... War eigentlich noch ein drittes Viech? Ah ja, da hinten steht's. Hast du gar keine Lust mehr zu reden, oder was? Null. Scherz dich nicht. Scherz dich gar nicht. Scherz dich einfach überhaupt nicht. Oh, was war das denn? Das hat schon wieder angehört, wie ne... Ja, ich bin schon richtig, oder? Ja, ich bin richtig. Ich kann mir gut vorstellen, was jetzt passiert. Dass ich jetzt erstmal richtig schön Zeuge werde. Das ist echt witzig. Wahnsinn. Wahnsinn. Das Spiel ist... Ich wusste es. Ich wusste es, dass man die Raketen anschauen kann. Ach ja, und die schauen dazu, als ob das... Witzig ist. Wow. Ja. Das ist ein blauer Himmel. Ein Stück blauer Himmel. Der ist gut. Der ist gut. Wow. Das Viech ist so krass. Oh, nein. Nein, 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 nein. Unseriös. Wer schießt da? Versuche nicht zu töten. Okay. Okay. Na gut. Wenn ich sie nicht töten muss, töten wir sie nicht. Ich meine, die können ja nichts dafür. Wir gehen hier hoch. An der Leiter? Ja. Jetzt bin ich das Wort. Ja. Cool. Mein kleiner Schüler. Da ist ein Geflügelter. Pass auf. Ein Geflügelter. Yo. Oh. Der war nicht schlecht. Oh. Mies. Oh. Und jetzt ist er da. Er steht ja vor mir. Wo ist er? Da ist er. Ah, ich gehe jetzt einfach mal hier. Adios. Oder? Ich muss doch hier runter. Nicht? Doch. Klaro. Klaro. Was? Zum? Außen schaut es doch mies aus. Ah ja, sehr schön. Er versteht nicht, dass er tot ist. Er wartet noch auf seine Mutter. Oh. Sie kommt nicht. Meine auch nicht. Weil ihr sie alle getötet habt. Entschuldigung. Ich bin von was Schlechtem ausgegangen. Ich meine, wenn ich gewusst habe, was das eigentlich für... Für welche sind. Du. Ey, ich habe sofort gesagt. Ja, okay. 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 Kann ich verstehen. Ernsthaft. Kann ich sofort verstehen. Oh, oh. Kein Interesse. Kein Interesse. Nein. Oh, das hört schon wieder so. Unglaublich mies an. Was? Ah ja. Äh. Äh. Warum? Ah, natürlich. Das musste sein. Diese Kacke, die musste sein. Wahnsinn. Eis. Ich will Eis haben. Krass. Ja, so war das Leben noch. Schön. Mit Mami an der Hand. Und jetzt nichts mehr. Das bist du selbst. Das bist du selbst. Woll lange, lange sein. Ja, leider. Leider, leider. Ah, ich habe es. Wow. Der ist nicht schlecht. Ja. Wir sind bei dem Zeitpunkt wieder angekommen. Wo wir nichts. Wo wir nichts sehen. So, ich kann jetzt noch irgendwo was erhaschen. Aber danach, wenn ich jetzt weitergehe, ja, dann sehe ich halt nichts mehr, ne? Ah, das ist cool. Ah, das ist, das ist cool. Wir haben keine andere Wahl, als durch das Dunkle zu gehen. Keine andere Wahl. Und jetzt einer witzigene Ist der böse? Nein, der war nicht böse. Ich glaube, die ganz kleinen Viecher die sind gar nicht so böse. Die wollen eigentlich gar nichts tun. Aber Haha, sehr gut. Wo ist mein kleines Viech? Komm, ich brauche mein kleines Viech. Das soll mir permanente Wallhacks geben. Aber er macht halt irgendwie nicht. Aus irgendeinem Grund macht er das nicht. Lädt schon, oder? Karte? Ich dachte schon. Roter Platz. Oh. Schon wieder eine Kirche. Und mein Ziel wäre von dort aus nur noch einen Schritt entfernt. Na, das ist doch super. Schon bald wird alles vorüber sein. Äh, alles. Ho, 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 ho. Oh, ho. Äh, nein. Möglich. Was? Wie? Äh. Ah, okay. Gut. Gut. Gut, gut. Das ist wichtig. Oh, das ist... Oh. Na. Sehr, sehr. Oh. Ich bin in irgendeinem... In irgendeiner... Sekten-Katakomben. Wow. Äh, sorry. Äh, Entschuldigung. Warum ist... Sind hier Skelette einbetoniert? Weiß man nicht. Ist halt so. Alles Straßen führen. Oh. Das ist irgendwie... Ich weiß nicht. Ist irgendwie... Mit dieser Musik... Kann man halt weiter anfangen. Oh, mein Kleiner. Was? Lange. So viele. Und sie wissen. Sie wissen, dass wir fühlen. War, war, war... Oh, das hört sich gar nicht gut an. Aber das sieht relativ sehr geil aus. Das sieht sehr geil aus. Aber das ist jetzt nicht die Kathedrale, oder? Oh. Okay. Gut, sofort. Was? Nein, 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 nein. Komm, schnell. Wow. Was zum... Was zum... Was ist... Ey, war es gerade noch nicht schön vor zwei Sekunden? Entschuldigung. Ja. Okay. Oh, das ist gar nicht gut. Oh, gar nicht gut. Die fahren wir noch da. Nicht gut. Oh, nein. Nicht gut. Ich verstecke mich gerade hier hinter einem Autohaufen. Sehr uncool. Oh, mein Gott. Okay, 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 okay. Wow, 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 wow. Lass uns schneller gehen. Was? Oh, Gott, das ist echt ekelig, aber zu... Das ist krank, eklig und... Boah, das ist echt intensiver Scheiß. Intensiver Scheiß. Er hat Angst. Nicht rot. Ja, gut, dann... Hey, es ist ein kleines wow, wow. Nur ein bisschen... Sie lassen uns ruhig, wenn wir das machen. Äh... Wo soll ich ihn gehen? Okay, 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 hier. Keine Angst. Ja, gut. Gut, gut, alles klar. Das ist so geil. Ah, das ist... Wow, yeah. Oh, mein Gott. Oh, das ist echt zu krank. Wie bitte? Das war jetzt aber... Bin ich tot, oder? Hab nichts falsch gemacht. Hab nichts falsch gemacht. Ich helfe. Ich helfe. Was? Danke. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ja, nur Furcht und Schmerz. Oh. Okay, ja, aber nicht heute. Nicht heute. Nicht heute. Okay? Nicht heute. Sorry. Wow, das sind ziemlich viele. Das sind ziemlich viele. Ziemlich... Wie, das war's? Wie? Ach so. Und jetzt ist auf einmal das Loch zu. Ja, okay, das ist zu. Serious. Ja, ist gut. Kann ich hier reingehen? Verdammte Kacke. Warum auch nicht? Okay. Wo muss ich jetzt hin? Nein, mein Kleiner. Hey, nicht weglaufen. Uh. Hey, hey, hey. Ist es nicht dieses... Dieses... Dieses kranke... Dieses... Na, ihr wisst schon. Ne, ist doch genau dasselbe, oder? Ist doch genau dieselbe Waffe. Ist doch genau dieselbe Waffe. Wahrscheinlich habe ich schon diese fette Waffe. Wo muss ich denn jetzt hingehen? Ich bin jetzt... Ich habe jetzt einmal einen 360 gemacht. Nein. Nicht dahin, oder? Ernsthaft? Dahin? Ernsthaft? Oh mein Gott. Witzbeute. Und wie soll ich da hinkommen? Wenn wir jetzt mal das Lachen ausschalten? Äh... What? Okay, ja. Ja. Dann lass mich doch. Tretet ein. Oder auch nicht. Witzig. Ja, okay. Ah, hier. Ah, Spock. Du bist doch ein... Ich komme, mein kleiner, gefliedeter Freund. Ach, bitte. Er hat auf, um es umzukacken. Ah, diese Musik, die ist schon wieder so... Ich mag die nicht. Wo ist mein kleiner Kollege? Ah, hier ist er. Das sind... Oh. Nein. Und ich bin sehr blau. Sehr witzig. Sehr witzig. Okay, das war's. Das ist mal meine nächste Folge. Wir haben sowieso 19 Minuten. Mein Gott. Vielen Dank für den Zuschauen. Ich habe es euch gefallen. Und wenn ihr euch beim nächsten Mal bei Metro Last Light mit mir dabei seid. Mein Name ist Werder. Ich danke für heute. Auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Tschüss.